Herzlich willkommen zum 13. Teil meiner 16-teiligen Video-Podcast-Reihe Österreichische Politik – politische Bildung für Einsteigerinnen und Einsteiger leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. Ein anderer Ausdruck für die Umsetzung bzw. Ausübung der Gesetze lautet Exekutive. Beispiel für diese vollziehende bzw. ausführende Gewalt sind z.B. Polizei und die öffentliche Verwaltung des Staates und der Bundesländer. Wenn Finanzbeamte im Finanzamt die Steuergesetze vollziehen, also umsetzen, und Steuern von den Menschen einfordern, ist dies ein Beispiel für die Vollziehung bzw. Exekutive. Ein anderer Ausdruck für die Regierung lautet Gouvernative und die öffentliche Verwaltung wird auch als Administrative bezeichnet. Die Exekutive wird in Österreich auf Bundesebene von der Bundesregierung mit dem Bundeskanzler an der Spitze angeführt. Die Regierung mit ihren Ministern und Ministerinnen leiten die Ministerien, welche dafür sorgen sollen, dass die Gesetze im gesamten Land ausgeführt werden. Ein Bildungsminister sorgt z.B. dafür, dass in den Schulen alle Schulunterrichtsgesetze eingehalten werden. Auf Landesebene organisiert der Landeshauptmann die Landeshauptfrau gemeinsam mit den Landesräten der Landesregierung die Landesexekutive im jeweiligen Bundesland. Die Verwaltung wird in den Bundesländern unter anderem mit Hilfe der Bezirkshauptmannschaften organisiert. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns jetzt sicherlich gleich wieder im nächsten Video meiner Video-Podcast-Reihe mit dem Titel Wer checkt in Österreich, ob die Gesetze eingehalten wurden? Die Judikative Rechtsprechung.